Ich lerne Deutsch. Nummer 13216 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein wunderschöner Sonnenuntergang bei bewölktem Himmel. Ein wunderschöner Sonnenuntergang bei bewölktem Himmel. Jetzt hast du es verstanden. So ist es richtig. Ich bin stolz auf dich. Jetzt hast du es verstanden. So ist es richtig. Ich bin stolz auf dich. Jetzt hast du es verstanden. So ist es richtig. Ich bin stolz auf dich. In meinem Schlafzimmer liegen viele Kuschelkissen auf dem Bett. In meinem Schlafzimmer liegen viele Kuschelkissen auf dem Bett. In meinem Schlafzimmer liegen viele Kuschelkissen auf dem Bett. Ich bin hier der Chef. Hier hat niemand etwas zu suchen. Auch du nicht. Erfolg kann in kleinen alltäglichen Handlungen liegen, die zu positiven Veränderungen führen. Erfolg kann in kleinen alltäglichen Handlungen liegen, die zu positiven Veränderungen führen. Erfolg kann in kleinen alltäglichen Handlungen liegen, die zu positiven Veränderungen führen. Hier findet die Zukunft des Kochens statt. Hier findet die Zukunft des Kochens statt. Möchtest du probieren, was wir kreiert haben? Hier findet die Zukunft des Kochens statt. Möchtest du probieren, was wir kreiert haben? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.